Ich mache den Nachtdienst total gern, weil man in aller Ruhe immer arbeiten kann. Meistens zumindest. Belastungsgrenze hat ja jeder eine andere, ganz klar. Aber man kommt oft an seine Grenzen oder auch darüber hinaus. Als Gesundheits- und Krankenpflegerin stehe ich zwischen Arzt und Patienten und bin oft dafür zuständig zu erklären, was der Arzt genau gesagt hat. Und es wird immer so zur Hilfskraft degradiert, so wie im Hotel. Ich brauche jetzt ein Wasser, Essen austeilen. Ich würde mir für die Pflege wünschen, dass ihre Kompetenzen mehr Anerkennung finden und diese auch gestärkt werden. Dass der Arzt und die Pflege mehr auf Augenhöhe sind. Ich habe vor einiger Zeit meine Stunden aufgestockt und das hat durch einige Empesse geholfen. Was mir mehr Pflegekraft gibt, ist meine Chefin, die die Dienstpläne so versucht zu schreiben, dass alle Wünsche berücksichtigt sind und einem zur Seite steht, wenn man sie mehr braucht.